da haben von mir nach oben ja das vorher das hat ausgeschaut wie als ob die einfach das vom pc genommen haben und rübergeklatscht auf playstation also das ist jetzt genau andersrum auf dem pc da jammern die jetzt dass das so ist wie es ist jetzt lass mich mal lob ausdrücken hier das von mir hat sich selten lob gegeben dafür greift hier schau die grafik an ja die ist bombastisch ja so wie die eigentlich ursprünglich ist ist die eigentlich auf pc mal aufgewertet worden auf pc sieht es noch besser aus also die grafik noch mal doppelt so scharf auf pc ich hab sie auf pc gespielt das aber ich mach die half ja hm 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 also wenn ich heute irgendeinen spieler treffe anhitte dann habe ich heute schon mein ziel erreicht was nur mit anhitten ja ich bin wirklich schlecht geworden ich habe mit dem daniel gespielt zwei dreier ne da war ich vier und äh hab nicht alle runden scheiß gelaufen gut man muss erst die map ein bisschen lernen die gänge kennen äh ich finde die map gar nicht so schlecht weil die ist für ab äh ich glaube 210 ist was 210 das waren vielleicht die zombies ne das waren vielleicht die zombies na weißt du hier kaum spielt und mit äh becken mit handern hat man schon wieder verfolgt was war dann musst du hier dein ding mitnehmen dein upgrade das ding da ja sehr klar nein friedenswächter friedenswächter die 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 v die die Wo ist der andere Boss? Auch da unten irgendwo Wo ist der andere Boss? ein pferd ich hab blutung nicht drinnen kacke blutung ich hab blutung nicht drinnen was du nicht nicht gehört also ich nehme eigentlich gerne hochgeschwindigkeit braucht sogar nicht blutung ist das beste so ist ja noch ein zweiter naja fragt sich wo es andere team ist brauchen wir so lange absichtlich 105 120 da ist schon einer nach rechts gelaufen ja ich muss mich verstecken vielleicht sind die anderen woanders da lang gelaufen da sind wir denen hinterher mhm ist das bei gießerei ein um oder für 30 hier hin durch also weiter vorne war ich die machen krach die machen krach die sind gleich beim boss die hier Ja, das muss ich auch mal sehen. Der läuft jetzt Vorbeilassen Aber ich glaube, die sind schon weiter unten Trophäen-Team läuft Es hupt Ja, das ist Bounty Rechts, 2-10 Ja, super Ja 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 Ich habe sie so nah angehört Oh, hier ist er ja? Ja Meine Granate Perfekt Gegenseitig Vor mir, vor mir, vor mir Da hinten Ja Zack Er ist abgeschossen Der ist weg Oh, fuck Hör auf Da hinten Ja, da oben Auf ping Spann Da bin Prima Andere ist noch da oben Gut Eine Bounty die liegt hier Brauche ich noch, wo es gehört? Ja, einer da hinten. Auf ping. Ich hebe schnell auf. Meine Granate. Kein Hit. Sind zu zweit. Hinter dem Hügel werfen. Werfen, wird das. Einer tot. Tot. Da hinten ist immer noch einer, ja. Wo kommen die denn alle her? Da hebt die nächsten wieder auf. Da, geradeaus durch. Ich habe keine Sicht mehr. Ich habe keine Sicht mehr. Wartet. Ah, der ist tot. Tot. Ja. Keiner mehr da. Hey, ich habe ihn getötet. Wahnsinn. Den hat jeder. Ja. So, aber wo alle gestorben sind. Da liegt was. Wer hat eine Libelle. Äh, ich nehme sie diesmal nicht mit. Ne, ich auch nicht. Hier liegt einer. Wo ist sie denn? Achso. In den Möysin. In den Möysin. Ach, weißt du was, hier. Was soll der Geiz? Ja, es ist eben immer in der Möysin. Ne, beim Daniel da vorne. Äh, Moment. Ich kann ja auch. Ich kann auch mitmachen. Ich habe auch. Ja, scheiße, du musst ihn auch auf. Du musst ihn, äh, Moment. Äh. Keine Güter. Sorry. Ja, ich habe vergessen. Musst ihn auch noch aufheben. So, also hier ist er auch. Oh. Es gab Vergeltung. Okay. Äh, war hier noch einer? Hier drüben auf jeden Fall. Musst du dir die Fähigkeit holen? Jetzt gibt's doch die Fähigkeit. Mhm, aber fünf Punkte, das ist schon teuer. Ja. Eine Greg. Äh, dahinter. Äh, der andere war... hier ja da ist der zweite post eigentlich hier noch da aber ich habe jetzt nichts gehört gießerei oder die hat man mal kostenlos gefunden hier und hat man sie probiert also wo geht es hin auch 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 ja nee nee ich komme nicht mehr zurück nee 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 ich hole noch die kasse jetzt hier oben mhm mhm auch auch schon jemand drin hier in der waffenkammer da ist nichts also keine kasse mhm ja sind fallen mhm 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 drei vier feuer fallen aber die machen doch im wasser gar nichts oder nö so mehr fallen sehe ich nicht da ist noch eine kasse Richtung gaswerk ja außer ich habe einen übersehen wirst du noch merken doch 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 im grunde genommen nehme ich eigentlich jedes spiel so wie es ist ich informiere mich erst hat direkt das spiel ausgemacht und blutarm ne der boss ist weiter oben das blutarm kannst du auch noch mitnehmen radio und oben war nichts außer munition so für den boss hätte ich noch eine haftbombe mal gucken wo da ist entweder oben oder unten ok der ist oben ja aber ich glaube jetzt nicht mehr da ist tot was wunderbittlich wunderbittlich ja jetzt habe ich kein dynamit eine splitter ja pack esel ja ja ja, er sattelt halt nicht ja, ist ja das ist ja... 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 schuld also, da werden wir jedenfalls gut alles, klar zi Schöne Abkürzung. Geiler Hauptstadtgang. Komm schnell raus. Chris, hast du eigentlich schon den neuen Boom gesehen? Der schaut mal geil aus. Vom Pass oder wie? Ich weiß jetzt nicht. Ich glaub der ist vom Pass. Vom Pass? Ne. Häuflich hab ich gerade. Schon dreht sich also. Ich hab 1050 gelootet. Jetzt hab ich 1125. Jetzt hab ich 1125. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. Jetzt gibt es keine dreckigen Gewänder mehr in Hand, ne? Hörst du auf? Ach so! Ach, das war für deine Schwester. Ja, sie wäre aber eh nicht mehr zurückgekommen. Stolper fallen? So schnell kann man es gar nicht lesen. Stolper fallen, die kannst du knicken. Ach so, Stolper fallen, gut, aber Stacheldraht und Gift kannst du vergessen. Stacheldraht und Gift? Ja, auf der Map hier. Ja. Ja, kannst du einfach durchlaufen. Ah, gut zu wissen. Deswegen lieber die Feuer fallen da mitnehmen oder Bären fallen. Äh... Wo steht das? Ja, das waren nur zwei Teams? Jo. Wo ist das andere Team? Das sind wir, Team 2. Ach da! Ja, gut. Gut. Alle da. Das sind wir, Team 2. Das sind wir, Team 2. Ja, gut zu wissen. Ja, gut zu wissen. Ja, gut zu wissen. Das ist die Frage, die Boerschein.